Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abonnenten, einen Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zum Monster Hunter Stories 2. Beim letzten Mal hatten wir einen letzten Co-Op-Part vor dem großen Finale. Ja, es ist klar, dass wir jetzt auf dieses Riesenvieh zusteuern. Und ja, es wird Zeit, dass wir endlich mal uns diesen Kampf annehmen, damit wir dieses Spiel endlich mal abschließen können. Hallo Jumlana, Zeit, dir mal einen Bericht zu geben. Könnte man so sagen. Ja, das ist sehr furchtbar aus. Ja, das haben wir doch schon mal gesehen. Also Altura heißt so dieses Riesen-Schlangenvieh? Also Altura ist unser finaler Gegner. Oh, die haben Spaß. Wo habe ich dieses Lied schon mal gehört? Oh, wir sehen wieder ein Stein-Band-Bild. Immer wieder interessant sowas. Na, Rafa? Cool. Ich liebe so alte Ruinen in Videospielen. Wer kann das lesen? Ich nicht. Hm? Es ist ein bisschen geschrieben hier. Oh, es sind die Worte der Rathalos-Schlangen. Was ist das? Ich habe nie gesehen, als dieser Kiste von der Rathalos-Schlangen. Ist das... mehr als die Legende? Ja. Also, diese Kiste ist das Worte der Rathalos-Schlangen. Ich habe nicht mehr gesehen. Aber so ist die Natur der Legenden. Ja, das ist normal. Oh, ich glaube, da war diese Ortula gerade. Ganz unten. Die Rathalosse. Aber eigentlich wird er nur dieses Vieh wegbrennen, ne? Hat sie im Wasser. Die Spiegelung, ne? Und wenn du sie diese Weise anschauen, sieht aus wie die Ortula ist der Ruhe von tief in der Spitze. Ich verstehe. Wusste ich's doch Also ganz ehrlich, hättet ihr es von Anfang an andersrum gedreht Dann hätte ich den ganzen Scheiß nicht erleben müssen, was ich mit den Jägern hatte Nee, mein Raffalos ist anders Der ist stärker, aber Das macht ihn auch kaputt Ich bin zurück Okay, und wer hilft mir jetzt beim letzten Kapitel? Ich bin überrascht, aber wir können jetzt nicht stoppen Wir müssen nach Altura Ja! Ich denke, es ist Zeit für eine Strategie-Metage Also, Cheval ist ja gerade gegangen Wer soll mir jetzt beim letzten Kapitel helfen? Nebenbei, ich habe auch noch mal so ein bisschen Oskin hier ein bisschen Rüstungen gefahren Beziehungsweise Waffen, damit wir hier gut gewappnet sind Ich soll jetzt in meinem Haus gehen Oh, du schon wieder Hätte nicht gedacht, dass du mir hilfst Ah, hier sind sie Kyle! Sukino! Na, Kyle? Nichts Freiwilliges Okay Okay Hmm Jäger sind hier nicht gern gesehen Ja, von Ortula Ja, und das ist mit dem ganzen Scheiß verantwortlich Wir hatten die Legend über Rath, der Autopsy-Turvy Es ist Altura, der Ruin bringt Wir müssen sie aus den Pitten und sie zufrieden, bevor es zu late ist Aber wir haben keinen Weg, zu erzählen, wo es nächstes sein wird Hmm Wahrscheinlich nicht da, wo alles begonnen hat Das ist meine erste Vermutung Huh? Warum würde das passieren? Ich weiß nicht Das ist, warum wir müssen zur Szene Let's look at the pits again We might find a clue about where Altura is headed next Hmm Aber schön, dass wir Kyle wiederhaben, ne Unser Erzfeind vom Anfang ist jetzt unser Verbündeter Einer ist beim Horsker Felsenhügel In der Alkala Ein weiterer der Horsker Felsschlucht Okay Hoffentlich hast du auch gelevelt Weil letztes Mal warst du ja ein bisschen schwächer als dir Wisst ihr, ich hab auch viel lieber einen Jäger bei mir übrigens Als einen, äh Rider Aus dem Grund Der Rider Da sind zwei Viecher, die sterben können Bei dem anderen ist es nur einer Ich hol mir übrigens noch eben kurz die Nebenquestion ab, ne Der Horsker Felsenhügel Die Los, äh, Felsschlucht Und Äh, hier das erste Ja, Jagdpon habe ich nie wirklich genutzt, ne Dann würde ich mal sagen Fangen wir mit dem Horsker Felsenhügel an Wahrscheinlich sind das diese Orte Wo man vorher nicht hin konnte Und jetzt nur mit dem Fliegen hin kann So Ja, Kai Du wirst laufen müssen Beziehungsweise klettern Na guck, da konnte ich zum Beispiel vorher nie hin Oh, den kennen wir doch Elven Na, wie geht's dir, Kumpel? Na dann, Elven, willst du uns hier helfen? Ja, war wirklich eine interessante Reise Er ist der einzige, in dem wir halt auch wirklich so wachsen sahen, ne Ist es wahrscheinlich auch Ja, wir wissen ja jetzt, wer das ist Da ist der reise Hallo Hallo. Er ist allergisch. Es geht. Also er ist zumindest nicht unnütz. Also ich sehe jetzt schon, wie diese Folgen wahrscheinlich ablaufen werden. Dass ich in jeder Folge einen Grate mache und dann am Ende den Endboss habe. Also es werden wahrscheinlich noch vier Folgen. Einfach durch. Wir ignorieren das kleine Vieh mal. Vor allem, das sind Yagis. Die sind so schnell RIP. Die sind es nicht mal wert. Äh. Die sind jetzt lila. Und Tura liegt los. Ich habe jetzt übrigens wahrscheinlich bis hierhin es gibt, also... Wir werden alle drei Grate innerhalb von drei Folgen hoffentlich erledigt haben. Mittlerweile sind alle Viecher in den Graten gestrahlt. Auf welches Monster lässt das zurückschließen? Ach du Kacke. Ein Glavenus. Ich habe keinen Wassermodus am Team, ne? Ein Zorn ist verstrahlter Glavenus. Dein Schweif ist eine Klinge. Kommt es noch dran? Jo. Jo. Let's do this, partner. Get ready. It's time to run on. Let'sa go. So. Dich mache ich fertig. Ähm... Glavenus am Z... Äh... Sich ist heftig. Das Ding ist eine Klinge an sich. Der ist auch 100-Poten-Kraft-Typ. Zack. Los, mein Hund. Mach die fertig. Och du Kacke, der will mich. Einmal auf den Köpfe. Ist ja klar, dass das Schwer bei dir nicht zieht. Der Bogen wird bei dir auch nicht ziehen. Das weiß ich jetzt schon. Äh... Einmal noch auf den Kopf damit schlagen. Und dann ziehe ich einmal mit dem Warenheb durch. Oh Gott. Jetzt wird der ein bisschen stärker sein. Ah, jetzt nutzt er Geschwindigkeitsangriffe. Da kann ich passend gleich wechseln. Mein Hund hat aber auch schon mitgedacht. Autschen. Okay. Los, mein Aster, los. Wir beide machen das. Und ich wechsel jetzt zum... zum Keil. Hätte ich gewusst, was für ein Monster mich hier erwartet, hätte ich mich vorbereitet. Ich mache erst mal den Parabellschuss. Dann ist das schon mal erledigt. Ich muss den Kopf unbedingt direkt mit dem Hammer auch einmal schlagen. Lähmungsbeschichtung. In der Hoffnung, dass es funktioniert. So. Da haue ich instant auch mit dem Hammer drauf. Wenn wir den Kopf haben, sollte es die anderen gleich abgearbeitet. Und da kann ich einmal eben kurz auch noch auf den Schweif. Nee, ich gehe auch nochmal sicher. Ist übrigens der Lagier-Crosshammer. Keil wird draufgehen. Und wenden an dem Feuer. Aber einmal sterben ist nicht schlimm. Flammenschack haben. Oh, nö. Das hat wehgetan. Mein Asterloss ist auch einmal kloppiert. Hm, der Schweif, der sollte eigentlich 100 pro weg. Okay, jetzt brauche ich Kraftanglöpfe. Das heißt, ich muss wieder in den hier wechseln. Los, mein Holy Horn. So, ich haue noch mit dem Hammer einmal hier auf den Körper drauf. Dann ist erledigt. Dann habe ich zumindest den Hammer abgearbeitet. Autschen. Ich nutze direkt eine vitale Essenz, sobald ich dran bin. Aber Feuer zum Bogen wechseln. Ja, nicht gut. Warum machst du einen Geschwindigkeitsangriff? Mach Take Down. Und nimm den Kopf auseinander. Zu Not habe ich auch noch den uhr alten Trank. Hau das Ding kaputt. Autschen. Los, Hody Horn. Brich durch. Mit dem Glavenus ist halt nie zu spaßen. Das sind immer heftige Gegner. Ich weiß nicht, ist der jetzt mittlerweile wieder ein Krafttyp? Ich glaube ja. Lähmungsbeschichtigung go. Schade funktioniert nicht. Äh, reiten und wir vernichten damit einmal kurz seinen Schweif. Damit er nicht mehr seine heftigen Angriffe macht. Es war erstens wichtig und zweitens richtig. So, mein Wauzi, komm zurück. Ich gebe dir gleich einen Ull nachdem ich den Angriff gemacht habe. So, Lähmungsbeschichtigung. Ein gelähmter Glavenus ist ein guter Glavenus. Er ist zumindest schon mal vergiftet. So, jetzt kann ich auch auf den Hammer gehen. Wollen mir eigentlich keine Sorgen machen, ne? Dass der jetzt angreift. Zum einen bei keinen Meteor regen macht und weil er eh gelähmt ist. Nix da. Dich reite ich Hundi machen wir ihn kaputt. Du machst keinen Flammenschack graben. Er will die ganze Zeit seinen Schack graben machen, aber ich lass ihn nicht. Ein wenig, ich bin sehr viel stärker. Aber Tula war hier nicht, ne? Würde ich jetzt mal so wetten. Ja, kleinen Viecher waren ja jetzt auch betroffen. Jo. Oh, da kommt noch was. Ja, das ging ja recht fix, ne? Ja, Tula ist auf dem Weg. Kyle geht das glaube ich gut. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er verletzt wurde. Sei doch einfach ehrlich, Kyle. Wir müssen schnell weiter, ne? Ja, werden sehen Sie wahrscheinlich auch noch. Okay, dann gleich zum nächsten Netz. Zumindest in der nächsten Folge. Beziehungsweise zum nächsten Krater. Ciao, Elvin. hier. So, jetzt kann ich ich zeigen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem heutigen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der Loloska-Fels-Schlucht. Eventuell kriege ich vielleicht sogar zwei Karten in eine Folge. Und damit verabschiede ich mich jetzt hier von euch. Ich hoffe, ihr habt dann jetzt noch einen traumhaften Tag. Bis dann. Tschüss.